Hallo Kinder! Heute gibt's Süßes oder Saures! Fransi! Wo bist du denn? Omi! Ach du Scheiße! Was ist das denn hier? Oh, meine Pillen! Omi, wo bist du? Glaubst du mal, mein kleiner Freund? Hihi! Oh, ich kann sogar sprinten! Ich bin noch eine fitte Omi! Hier liegen Pullen an der letzten Nacht, die war richtig wild mit deinem Opa! Oh, scheiße! Wo bist du denn? Bist du, kleiner Franz? Hör dich doch! Warte, bist du scheiße? Alters! Oma! Ach, da unten ist er ja! Ajo! Ajo! Ah, du Arsch! Ich hasse dich, Oma! Ah, was ist denn das jetzt? Färstumein Ginny Johnny, alle… Ich steke in der Tür! Ich verstehe! Oh, was hat Opa mit mir hier hingebracht? Hallo, das ist Opa's. Oh, super. Oh nein, er hat den Punkt gar gefunden. Wo ist er denn, der Kleine? Das Messer in den Rücken. Oh. Komm mal hier, du musst was trinken. Nein. Kleiner. Satansbraten. Wo bist du? Oh, was ist denn das hier? Uh. Fische Boots. Au. Opa, das tat weh, wa? Ne, ne, überhaupt nicht. Ne, ne, überhaupt nicht. Was ist er denn hier? Was ist er denn hier? Was habe ich denn hier Schönes? Opa, wo bist du? Ich habe hier was für dich. Wo ist sie denn? Ich habe ja gesagt, komm mit deinem Zimmer auf, du. Bulettenhainz. Opa. Alter, wie schnell bist du denn? Lass mich in Ruhe. Putz. Ja. Alter, du hast mir ein Messer in den Arm gerammt. Aber, 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 aber. Komm her, du kleiner. Was? Ey, lass mich in Ruhe. Aber. Ähm. Ja? Was ist denn los, leider Franz, hä? Ich leck dir mal ein bisschen rum, wa? Hahahaha. Na mal. Ey. Ey, Alter, du schon bist bei mir nur auf dem Boden. Ja, ich auch. Ich kann nicht mehr laufen. Oh, jetzt. Warte mal, warte mal. Ja, so muss man mit dem Baby umgehen. Aber. Was ist denn los, hä? Tut das weh, hä? Zack. Hä? Wo bin ich? Ja, wo bist du, hä? Machen wir die Tür auf. Raus mit dir, du. Geben bisschen nach Hause spielen. Du kleines Insekt. Ja, nimm das. Oh, Junge. Ja. Nimm ne Nase. Ja, warte, ich geh dazu. Oma. Nein. Ich hab Hunger. Au. Aua. Au. Kannst du nicht mit deiner Großmutter machen. Wo ist Opa bei der Knarre? In der Kenne, ey. Kenne. Ding dong. Essen. Essen fassen, Kleiner. Essen fertig? Essen ist er, ja. Oh. Ich hab schöne Buletten. Ich hab Opas Geheimtruhe. Ich hab drei Schlösser für. Oh. Ich die Viagra-Truhe. Oma. Ich hab was. Was denn? Wo bist du? Ach ne, ich hab kurz gedacht, das ist ein Päckchen Koks. Karate. Au. Oma, tat das weh? Ah, überhaupt nicht. Hab mal Hüppel verloren. Ja. Nix da. Ja. Nix da. Jetzt hast du gespawnkelt, Junge. Nein. Aua. Aua. Mach dich bereit. Au. Au. Alter, du deppst, wenn du springst. Ja. Und. Ja. Raus hier. Geh rausspielen, Junge. Das riecht. Ja. Oh. Ne, 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 ne. An die Tür gehst du nie, mein Freund. Scheiße. Oh, mal ein paar Pillen hier. Der gute Stoff. Ey, das ist ja schon leer hier. Das ist denn eine Kerze oder was? Oh, aber das kann ja wehtun. Ne, 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 das... Leg das mal bitte weg. Oma. Ne. Oma. Ne, geh weg. Wolltest du nicht kochen? Nein, wollte ich nicht. Nein, wollte ich nicht. Oh, Oma. Jetzt gibt es Sushi. Arschloch. Scheiße. Ich muss meine Pinnen nehmen. Ach. Ja, der Franz lief das schon. Oh, mein Stoff rutscht hier runter. Hehehe. Hm. Oh. Oma. Ja? Ich kann nicht schlafen. Warum kannst du denn nicht schlafen, hä? Weil ich dich töte. Das hätte ich heute nicht gerne. Alter, da war es ja schon, du Bengel. Ah, meine Oma schlägt mich. Hä? Standard. Deutsche Oma schlägt. Die kochen dir Schnitzel. Du machst Kinder an. Ich bin saftig. Oma, machst du mir einen Schnitzel? Ja, hast du mal auf den Dach geguckt, Junge. Darf es sein jetzt? Oh, süß. Kann dir auch helfen. Habt ihr mich schon ein Messer für den Schnitzel? Das stecke ich dir in deinen dicken Mann. Oma. Tschöße. Scheiße. Oma. Schnitzel-Time. Oma. Oma. Blum. 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 Oma. Was ist denn los, hä? Gib mir mal einen Schnitzel. Oh, ich hab grad losgelegt. Du bist nicht. Du bist nicht. Raus. Aber. Oh, oh. Du bist nicht. Aber. Nein. Hey. Da. Hallo. Ah. Sag mal, Mann. Jetzt bleiben Sie mal stehen. Ja. Also. Hast du die Flasche genommen? Boots. Au. Mann, ich kann nicht durch organicmen. Oh. Ih, i, 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 i. Wie hat Opa noch damals mitgefrieden? ich liebe es wie schön eintönig die musik ist ich mache ja gerade eingelegte im garten willst du mitmachen kleine ja im garten nein 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 ich wollte dir zu machen aber da war ja keine mehr alter das ist ein sperr oder was eine fackel ich bin der igel was ist das denn hier sag ich habe ein glas wasser für dich möchtest du es haben bitteschön was hat mir denn noch flammenwerfer flammenwerfer du bist ja kackei oder sprach dach ich dazu gepackt das würde opa niemals sagen dass das klar ist warum kann ich denn meine scheiß lampe nicht ausmachen opa billen junge opa billen du willst doch deiner oma nichts antun machst du mir schnitzel ja sicher weißt du noch wo paar pillen sind ah die war so weit die hatten noch gefehlt ich weiß es nicht aber ich hatte ja schon ein paar aufgaben sind die aufgaben so ja die reed dinger wässern ja das habe ich halt nie geschafft weil du mich schon so teils gekillt hast hast du aber keine lebensanzeige nö ne ich bin op eigentlich und jetzt fusion 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 oh oh scheiße ich brauche meine pillen wow dep dep wo sind meine pillen überall mein kopf vergesst aber welche pillen sind denn die pillen ich habe in mich reingeguckt hallo kleiner hallo oma opa wo hast du eine lebensanzeige du arsch ja das ist meine jetzt redest du wie kermit aua kann ich mir einen taser nehmen nein kann ich nicht ich muss es nah genug herankommen hallo oma 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 achso oh mein gott da brauche ich ja Schlüssel für ah die sauerkürsen müssen gegossen werden oma oma guck mal oma ich bin klemptner heute ich bin klemptner oma wo bist du denn ich muss dein rohr ich muss dein rohr verlegen in die hilf mir hilf mir ich muss dein rohr verlegen oma ich verleg jetzt ein rohr in dich nein nein das hat schon opa geschafft das wundert mich nicht oma oma ich hab da ne neue serie gesehen der heißt Naruto ich bin ein ninja oma das ist gefährlich aus oh nein oh nein oh nein oh scheiße ich heiße oh alles eh eh das ist ein kompletter Scam die Küche oh oah oah ich bin durch die Lampe geflutscht Robotschilder ja ja den Opa kacken kannst du mal ne Windel wechseln ich deine? aber es ist nie andersrum ja warte ich hab was ich knopf dir das einfach in den Popo ich hoffe was fällt dir raus bei deinem ausgeleierten aber Opa hat immer gute Arbeit geleistet ich hab was gefunden was denn oh mein Gott ich bin der Kiste oh mein Gott oh okay ich hab's geschafft ich hab mich kurz in der Kiste eingesperrt alter wie kannst du dich denn verstecken? ich bin der alte Frau ich hab mich damals schon vor anderen Leuten versteckt von der Stasi von der Stasi hier hab ich mal gearbeitet da war so ein komischer Mann der wie ein Baumarkt hieß wo wir fahren die Rinder waren oh scheiße du und da wollte ich mir meine Sorgekirche verbinden warum red man eigentlich gerade so ja genau ja genau wo bist du also zum Garten ja ich auch ja du bist zu flink ja du bist zu flink aber die Omi kann doch nicht schnell rennen hier du genommen für Drogen die Weed geholt oder was? ah da sind wir ja ah was ist das für eine Range? Momi oh me oh me was ist denn die Brador Junge? ja da hat sie erreicht weiter ich hab bisschen Chemikalien zusammen gemischt oh ö uaaaa ha aa auf den Kühlschrank auf den Kühlschrank da bin ich sicher oh mein Gott au 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 ha au I can't remember what I have to fall auf dem Rücken fall auf dem Rücken fall auf dem Rücken Junge Mädel, Oma, Scheiße, was bist du? Hexe! Ich bin dein Vater. Ich bin Batman. Hedgehogt. Aua. Hedgehogt. Auf die alte Schulter. Und jetzt, Oma, fang mit der Ritzel. Oma, Oma, Rinn. Oma, Oma, Rinn. Ich bin auch spannend. Jetzt mal auf. Aua. Nein. Es geht nicht hoch. Eeeh. Oma. Aaaaah. Frenzi. Aaaaah. Ist er die Täter? Ist er die Täter? Waaau. Nein, nein, nein. Hilf mir doch, Oma. Nein, nein, nein. Ouh. Aaaaah. Boing. Aaaaah. Und jetzt so. Oua. Oua. In den Arsch. Au. Scheibe. Ich bin ver... Verpackt? Oh, hier sind überall Blutspuren, Junge. Hä? Seh ich dich irgendwo? Ich lieg vor der Garage. In der Regionalstellung und... Und das Dach runtergefallen ist. Lieg ich irgendwie und kann mich nicht mehr bewegen. Oh, oh. Aber wie? Au. Au. Ja, gut, ich kann nichts mehr machen. Au! Oh ja, Omi. Ich spiele, ich spiele. Oh ja, Omi, guck mal, lass uns spielen. Kannst du mich mal zu den grünen Pillen schieben? Warte. Ja, oh. Hilf deiner Oma. Au. Omi. Nee, andere Richtung. Andere Richtung? Die grünen Pillen. Ja, ich weiß schon. Omi, das sieht sehr pervers aus, was wir hier veranschalten. Au. Backflip. Oh ja, so ja. Oh. Hilfe. Ich geh weg. Ich fahre. Hilfe. Hilfe, ich laufe am Boden. Läufst du ganz normal, Junge? Nein, laufe ich nicht. Alter. Go breakdancen. Ja, ich versuche schon zu kommen. Nein, ich komme schon zu dir. Ich habe mir vorbeigelaufen. Hilfe. Ich kann nichts machen. Häufst du mir ja beide. Da rüber, andere Seite. Ja, ich sehe das auch. Ich sehe es doch. Ja, warte, warte. Ja, warte. Auf jeden Fall hätte ich so einen Karpelstapler holen. Scheiße, ich komme hier bei den Pillen rein. Au. Wenn ich springe oder so. Oh, da kann ich die runtergeben. Ja. Kann ich die nehmen? Oh mein Gott, woher ich die? Oh, Gravity. Oh, warte. Nein, 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 jetzt tust du mich weg. Warte. Warte, ran. Ich habe eine Idee. Du, du mich mal ran. Warte, ich habe es gerade mit springen irgendwie nicht hochgeflippt. Ein Skateboard. Oh, na mal. Na, na, na. Ich komme mal unterm Rock ein bisschen. Ein-Rass-Folktion aktiviert. Oh, zack. Oh, ja, gut. Oh, Alter, dein Bulli wackelt aber. Oh, 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 oh. Oh, ja. Oh, krass. Oh, 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 Käfer-Stinn, Oma. Oh, scheiße. Oh, Gott. Oh, Gott. So. Hm. Ich mache dir ein paar Kekschen, ja? Soll ich dir ein paar Kekschen backen? Ja. Was brauche ich denn dazu? Rattengift. Kokain. Ich meine tolle Kokain. Nein, 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 kleiner... Was ist das denn? Ein Tellerchen. Mach mir mal lieber zu. Hm, ein bisschen rumrühren. Ja, das wird mit einem D-Stock so. Ha, 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 ha. Ab jetzt reinspucken. Ha, 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 ha. Der fehlt noch ein bisschen. Der kleine Bums fehlt noch. Ah! Aua. Aua. Ah, den getroffen. Schinskinder. Oh, Mie. Was? Offen-Time? Ja, Offen-Time. Heißt? Hm, 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 hm. Ist die Kekschen fertig? Oh, gedodged. Alter, oh, 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 oh. Klapp, Aua. Ach. Ganz schön Spielraum hast du gelassen, Junge. Voll verfehlt. Ach, ne, jetzt mach dir die nächste Kiste auf. Ich hab noch sechs Schlüssel. Ach, Sechse, Mensch. Äh, hab ich ja gar keine Pillen? Hä? Aua. Ah. Ah. Ja, ich geb die mal ein bisschen zur Seite, ne. Ah. Geh weg, du kleine Plage. Oh, die Kekse brennen. Oh nein, oh nein. Ich sollte sie rausholen. Brauchst du ein Messer dafür? Nein, nein. Oh. Guck, guck. Äh? Äh, ich konnte ihn werfen. Äh? Äh, das heißt, minus 15 Sekunden. Äh? Was ist passiert? Hä? Hä? Äh? Eine Kiste Kiste. Oh mein Gott. Ähm. Oh scheiße, die Köche brennt, die Köche brennt. Oh, der oben. Ah. Ja, ja, Gott. Ich denke, das war's. Die Kekse backen, da können wir einen schönen Spieleabend machen, hm? Ja. Schönen Spieleabend. Und dann? Ja, ja. Hehehe. Hä? Verstanden? Ja, hab ich verstanden. Na gut, na dann. So, liebe Kinder, nein. Hehehe. Macht's gut. Und denkt daran. Das, das ist, glaub ich, dein. Also, ja, 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 ja. Mit denkt immer da rein. Twitch Prime ist kostenlos. Nein. Ich war kein Gebet mehr. Das, das, das jetzt eigentlich nicht, dass du's sagst, aber okay, das ist auch okay. Leck den Twitch-Kanal ab. Link in der Beschreibung. Gelö. Ich beange die Bitte. Ich bege.